Ich weiß nicht, weil hier musst du ja irgendwie... Hier ist doch eine Leiche. Ah, hier, hier irgendwie hoch und dann... Aber wie kommst du da hoch? Ah, warte. Ah, hier ist auch eine Tür wieder. Doof. Ja. Hey! Scheiße. Aha, oh Gott. Hey! So, hier hab ich jetzt, genau, drei Stück habt ihr jetzt. Ich hab eine, genau. So, wie geht's nicht weiter, nee. Ja gut, jetzt soll das hilft uns auch noch nicht wirklich weiter. Ja, jetzt haben wir wenigstens schon mal alle... Die Schienen. So, dann können wir ja weiter... Wir präsentieren das Rad. Was ist hier denn noch? Ist noch eine Kiste? Ah, da ist nichts dran. So, meine Damen und... So, was machen wir denn jetzt? Wir müssen noch irgendwie mal weiterkommen. Irgendwas... Warst du hier schon drin? Nee. Was kann man hier machen? Hier ist noch ein Scheiter. Hier, komm mal raus. Ah, warte. Was war das denn? Hä? Ah, warte, 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 warte. Guck mal. Das ist ein Fahrstuhl. Kannst du mal den Schalter betätigen? Nein, den anderen. Nimm das Essen mit. Das ist viel Essen. Wo ist der Schalter? Da. Links, 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 halt, da. Ah, wie geil. Okay. Wo ist sie jetzt? Jetzt bin ich irgendwie in so einer Vorratskammer anscheinend. Warte mal. Ist aber nichts in den Küsten. Da muss ich... Ah, hier geht's weiter. Ist nichts drin, warte, das kann ja nicht sein. Hier ist noch ein Scheiter. Ah, warte. Ja, jetzt komm ich hier durch. Hier ist noch eine Küste mit ganz Bohl. Was ist denn Bohl nochmal? Ach, eher hier. Kannst du nochmal den Schalter aktivieren? Ich will wieder hoch. Ich will wieder raus, wir. Oh, hier ist ein Piersen. Ja, geh rauf, Transporter. Moment. Ah, wo bin ich denn? Was hast du gemacht? Hör doch auf zu drücken. So, jetzt. In der Wand war ich da verrückt. Hier ist noch mehr Bohlen. Irgendwie haben wir hier so eine Waffe. Nicht Waffe hier, weißt du nicht noch. Ach so. Warte, was ist das für ein Wasser? Ist da irgendwie eine Platte oder so? Nee. Nope. Ist da was drin? Hier kommen wir weiter. Oh, der... Torte! Brinnen. Äh, ein halber. Ach, den kann man auf... Wusste ich gar nicht. Verrückt. So, hier haben wir... Ja, jetzt kommen wir hier auch durch. Hier haben wir ganz viel Torte. Hier ist... Was macht der Schalter? Weiß ich nicht. Hast du ihn aktiviert? Jetzt ist es aktiviert. Gut, dann lass ihn mal. Können wir auch... Oh, ne, kommen wir. Genau. Ja. Wer weiß, was der Schalter gemacht hat, dann weiß es nicht. Zwei Kamine. Hier muss doch auch noch irgendwas... Vielleicht hat der Schalter jetzt irgendwo anders was gemacht. Ach so. Hallo. Was haben wir hier dann, auch wenn hier kommen wäre, ne? Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Oder? Das ist aber kein nächstes, auch so, oder? Also hier muss doch irgendwas sein, oder ist das nur so... Der Schalter ist da gedrückt. Ich guck mal oben, ob wir jetzt oben weiterkommen. Ja, macht das. Ich guck mal hier schon mal. Ach, wo ging es denn jetzt nochmal lang? Ach, warst du hier schon im Keller? Ne. Oh, k... Ach, von hier kamen wir. Oder? Ich bin mir gar nicht... Doch, von hier kamen wir. Ne, jetzt sieht es mir nicht. Kommen wir auch nicht hoch. Verdammte Schiete. Verflickste Axt. Oh, der Apfel ist schon wieder weg hier, aber wir haben jetzt ganz viele Schalen. Ich weiß auch nicht mal, ob der Schalter jetzt hier gedrückt war, oder nicht. Ach, von hier kamen wir. Das ist einfach, und ist ja kein Schalter. Also gibt es ja immer Schalter, um die Dinger aufzumachen. Interesting, interesting. So, irgendetwas müssen wir jetzt ja mal finden, noch. Wo war denn jetzt der Speisesaal? Der ist bei mir. Das ist schön? Hier. Genau. Was bringt dieser Schalter denn schon wieder? Ja, gar nicht. Vielleicht sind das... Das sind ja alles so Diamantschalter hier. Die, wir hatten schon... Ich glaube, wir hatten... Ich weiß jetzt nicht, ob der andere Diamantschalter auch gedingst ist oben. Weil ich den so oft gemacht habe. Ja, dann lasst du ihn ja auf jeden Fall so, wie er jetzt ist. Genau, der ist ja gedrückt. Dann müssen wir vielleicht mehrere Diamantschalter finden. Guck mal, hier ist nämlich auch noch einer, oder? Wo denn? Oder was ist das hier? Nee. Sag nur so... Oh, was ist das hier überhaupt? Warst du hier schon? Nee. Was ist das hier? Ach, eine Workbench. Hier ist eine Kiste, die ist leer. Und ein Schalter. Ah. Hast du ihn schon gedrückt? Nee, ne? Ich habe ihn jetzt gedrückt. Nee. Das hat mir nichts geändert. Nichts geändert? Nee. Das ist auf den ersten Blick nicht. So, lass uns mal hochgehen. Warte mal. Nee, hier war ja nichts mehr. Das verstehe ich auch nicht, warum wir hier nicht durchkommen. Nee. Komisch, ne? Was haben wir hier? Hier, ich finde das hier so komisch. Den Raum. Ja, Abschleukammer. Lass uns jetzt nochmal... Komm mit? Ja. Autsch. Wo ging das denn jetzt wieder hoch? Hier nicht. Hier. Wo ist denn hier? Da ist hier. Soll ich den mal aktivieren einfach? Ja, ja, geht nicht, weil der Apfel ist wieder weg. Ach so. Aber ich habe irgendwie 30 Schalen eingesammelt, von da passt das schon. Nee, lass mich mal reingehen. Ich habe so viele Schalen. Hast du ihn gedrückt? Ja. So, mal gucken. Ich dürfen es aber nicht weiter. So, ich habe einen Fisch übrigens. Schön. Wir müssen doch irgendwie... Auf jeden Fall müssen wir da hoch. Das steht jetzt fest. Vielleicht finden wir noch draußen irgendwas? Ja. Wir haben bestimmt draußen was übersehen. Da bin ich mir sicher. Oder? Das kann gut sein. Ja, weil wir so kurz nur draußen waren, ne? Was war hier oben denn noch vom Kino? Hier oben, da muss da auch noch irgendwas sein. Schokolade. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Alles kann, nichts muss. Also, das ist... Kurios. Ach, ist nicht so leicht, ne? Zu leicht war ja auch duf. Auf jeden Fall. Auch wenn mir diese Schalterrätsel nicht so sehr zusagen, muss ich sagen. Und hier tausend Schalter, aber ich weiß, was macht der überhaupt? Äh, hier im Brunnen ist nichts. Draußen ist nichts. Also, ich kann nochmal auf die Bäume gehen, wir auf den Lauf. Ja, gut aufs Dach. Gucken nochmal irgendwie, ob da auf dem Dach nach irgendwas ist. Jetzt mir aber... Du brauchst aber meine Hilfe, oder? Ja. Komme ich raus, warte. Wo war das Haus überhaupt? Das Häuschen. Wo war das Häuschen? Hier. Bist du da? Bist du, ja. Hi. Hi, hi, hi. So, danke. Bitte. Nochmal? Ja. Nochmal? Alter, ich stehe falsch nochmal. Alter, man hat mir nochmal. Alter, man hat nur ein fett mal untergeschubst. So, bin auf dem Dings. Okidoki. Ich bin mal rechts lang, ich bin da eben ja nur links lang gegangen. Hier rechts komme ich auch auf den Brunnen weiter. Das ist bestimmt noch irgendwas. Muss ja sein, irgendwas. Komme ich hier rüber? Gucken wir auch nochmal hier, ob ich irgendwas finde. Ne, komme ich auch nicht. Komme ich hier nicht weiter? Ne, komme ich hier nicht. Oh, scheiße. Ne, komme ich hier nicht weiter. Bin ich der Meinung. Klar, ich kann irgendwas kaputt machen, aber das ist nicht Sinn der Sache. Ne, dann geh. Oder? Dann geh nochmal aufs Dach, würde ich sagen. Hm, ich gucke auf dieser Seite nochmal. Hier, ne, keine Chance. Da geht's nicht weiter. Der Baum ist schon so gewachsen, dass man da nicht weiterkommt. Ganz zufällig. Vergute ich jetzt einfach mal. Dass ihr auch ein paar Bäume hinmachen wolltet, die... ...nicht zum ersehnten Ziel fühlen. So. Hier im Vorgarten ist aber auch nichts, schade. So weit. So, ich bin auf dem ersten Dach. Hier ist eine Leiter. Bin ich ganz oben? Was haben wir hier denn noch? Nix. Hallo. Moin. Gut, ich kann von hier noch auf diese Bäume. Die machen wir erstmal nicht. Hier ist der Kamin. Hier sind noch mehr Bäume. Irgendwas muss hier sein. Ah, was ist da? Da ist ein Baumhauer? Warte mal, ich gehe mal auf dem Baumhauer. Sollte den komisch aussehen. Ne, das sind eine Baumstämme, oder? Scheiße. Oh, nooo. Oh, nooo. Oh, nooo. Fuki! Ich glaube, jetzt hänge ich fest. Ich komme hier aufs Loch rauf. Der hat die Bäume aber genauso gebaut, dass ich jetzt nicht mehr weiterkomme. Oder komme ich von hier wieder wieder rauf? Ne. Da waren wir auch noch nicht drin, in dem einen Raum hier. Fällt mir gerade auf. Ja, da gibt es sicherlich noch zwei. So, ähm. Doch, vom Dach. Du musst irgendwie vom Dach. Ist da nicht ne Luke oder so? Kann sein. Ich muss ihn noch mal aufs Dach lassen, ich bin... Du sass mich noch mal aufs Dach. Ich war noch gar nicht. Ah. Ja, da muss, ich gehe hintenrum. Wenn ich das Haus wieder finde. Tututut tut. Klau, klau, klau. Heah. Das Haus müsste hier sein, ne? Ja. Und was, irgendwas? Hallo, hallo, hallo. So. Ach, da ist der, okay. Mach nochmal. Achso, mein Witz. Ah, okay, das ist echt der. Naja, das ging. Ach, das ist echt doof, warte mal. Da muss man echt, das ist nicht schön. Ist das ganz runtergefallen? Ne. Soll ich es irgendwie anders timen? Soll ich irgendwie? Ne, mach mal jetzt. Ja, geht. Bist drauf? Ja. So, wir werden mal gucken. Oh, du fällst euch gleich wieder runter. Ich seh das auch schon, komm, ich gucke im Haus ein bisschen weiter, ne? Vielleicht sehe ich irgendwas. Nix, 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 nix. Du, 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 du. Hast du schon versucht, auf die Mauer zu springen? Ja, ja, ja. Geht immer nix. Achso. Kommt's auch nicht wirklich weiter. Nein, da kommt's auch gar nicht mehr weiter, weil das so komisch verwachsen ist. Schade. Ah, okay, hier ist das Dach. Dann gucke ich mal eben. Hier ist da noch, hier muss da noch irgendwas geben. Boah, verrückt. Können wir ja runter gucken. Irgendwie eine Luke oder irgendetwas. Hier ist der Kamin, ne? Genau. Joop. Ähm. Wow, 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 Kamin. Du hast Kamin gesagt. Ist noch ein Kamin. Aber. Zwei Kamine. Ja. Hm. Vielleicht muss ich hier auch irgendwo so komisch runter springen. Na. Auf irgendwas. Warte mal, ist da irgendwas? Ich weiß ja nicht. Wie kommt man denn jetzt hier weiter? So leicht. Ist ja auch nichts, ne? Ist ja nur Blödsinn hier. Arsch, Beine gebrochen. Bist du vom Dach schon mal auf die anderen Bäume hingesprungen? Ja, ja. HAA! Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Was hast du gemacht? Ich bin gesprungen, hier auf dem Kino, vom Stuhl gesprungen, auf den Schalter oben betätigt. Echt? Ja, hat funktioniert. Und jetzt? Weiß ja nicht, irgendwas ist aufgegangen, aber ich weiß noch nicht wo. Gut, dann geh ich auch wieder rein. Das hat ja keinen Sinn hier oben. Ah, hier, die Tür ist aufgegangen. Zum Kino. Ah, das gehört vielleicht so. Ja, aber hier geht's nicht weiter. Den Schalter hast du aufgemacht, hier? Ja, von unten. Aber hier ist es Lupe. Ja, das wird dann so sein. Was? Lupe, aber... Ja, wofür die denn hin? Ich geh ja mal runter, warte mal. Vom Dach oder so? Nee, ne? Nee, kann ja nicht. Sonst würdest du ja sehen von oben. Aber sonst bringt das hier nicht wirklich viel, oder? Gewehr trotzdem auflassen, so. Ach, das ist ja ätzend. Ich hab schon mal die Wolle hier weggemacht. Hier ist eine Piston unter, auf jeden Fall. Ja, das kann man sich ja denken, nur wie aktiviert man die Piston. Scheiß. Warum geht die nicht auf? Hoch, mein ich. Vielleicht brauchen wir noch so einen Diamantschalter. Guck mal hier, komm mal her. Wo bist du? Ach, da. Hier, wenn du jetzt hier raus... Kommen wir überhaupt raus? Nee. Wieso die Tür ja auch nicht auf ist, ne? Ja, da kommen wir von Anseite daran, ne? Ja, hier kommen wir von Anseite. Und den Weg nochmal gegen den anderen? Hier ist nämlich... Lass mal den anderen Weg gehen, weil das ist der einzige, wo wir noch nicht lang... Äh, wo wir noch nicht wieder zurückkommen. Da kann man da irgendwas übersehen. Wo denn? Ja, hier oben, diesen Weg. Hier, da kommen wir noch nicht so frei lang. Und das muss ja vielleicht irgendwas bedeuten, dass wir irgendwas vergessen haben. Ach so. Ja, vielleicht hier nochmal den Anfang, ne? Nimm den... lass doch den anderen Weg. Genau, dass ich mal hier lang gehe. Vielleicht sehe ich irgendwas, was du übersehen hast. Kiste mal ein Leer, ne? Hast du gerade eine Tür aufgemacht? Hab ich eine Tür aufgemacht? Ne. Ich glaube nicht. Ne. Ne, ne, so ich komme hier raus auf den Balkon. Genau, dann darüber und da ist dann irgendwie wieder so ein Scheiter. Ja, ich sehe ihn, aber... Ja, ich sehe ihn, aber... Und einen Knopf. Was macht der Knopf? Mach nochmal den Scheiter. Ich... den Scheiter. Den, 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 den. So, jetzt bin ich drin. Okay. Oh, das sollten wir wahrscheinlich schon... Vier von zwei, das hatten wir ja schon, ne? Ach so, ja. Egal, lass mal hier nochmal... Das... Wie hast du gehört? Kommst du durch? Nö, nö. Warte, und jetzt? Wo musst du denn noch wieder lang jetzt? Durch die Tür her, ne? Oder durch die Aldi wieder? Ne, ne? Ich weiß nicht, wo musst du hier lang? Wo war das denn? Es gab zwei Räume, aber mit zwei... Nicht in dem Raum bei der Kiste. Die zwei Schalter waren nur noch das Geheimnis. Kannst auch noch weitergehen. Ja, warte. Ach so, ja, hier, aber da waren ja... Vorhin schon... Ja, aber irgendwo muss ich mich ja durchlassen können. Ja, ich versuch's... Wo, wie hast du mich denn durchgelassen? Einen Schalter oder eine Platte. Die hier nicht? Was hat das jetzt aufgemacht? Die Außentür? Hallo, ja, ich bin noch runtergesprungen. Ich bin noch ins Wasser gesprungen, genau. War das denn so richtig? Ja, muss ja sonst wer... Aber sonst wäre das Wasser, glaube ich, nicht da, oder? Ja. Ich spring einfach mal runter. Komm ich von hier aus, da? Scheiße. Und dann geh mal unten rum und dann die Treppe hoch und dann mach ich dir die Tür auf. Ja. Stimmt ja, so war das. Aber die Tür hast du ja nicht hier auf, ne? So jetzt. Wie hab ich die denn aufgemacht? Hä? Wie hast du die denn aufgemacht? Persönlich. Wie viele Platten gibt's da noch? Zwei Räume, wo du reinkommst, glaube ich. Einen Raum gibt's. Ne, du musst Zorn reingeben. Ja, und den hier hinten halt. Ist der Durchgang. Aber warte mal, vielleicht komm ich hier. Aber da kamst du ja nicht hin, meintest du doch, ne? Bin ich alleine. Da musstest du ja vorher auch noch... Ja, eben. Also komm ich hier eigentlich noch gar nicht hin. Aber es gibt nur einen Raum. Ja, ich kann nichts mehr machen jetzt. Ich bin fest. Das ist auch die große Frage. In diesem Raum kommen wir auch nicht rein, so ohne weiteres. Ich muss sogar sehen haben. Komm ich jetzt nicht alleine. Sonst tippe ich mich gleich zu dir. Verboten. Ja. Wie bist du denn in diese Bücherei reingekommen? Ich weiß das nicht mehr. Achso, ne. Stimmt, hier ist ja ein Scheiter. Ne, passt schon. Warte mal, kommst du jetzt rein? Ja. Jawollu. Bin ich. So, und du? Willst du denn? Hi. In diesem Bücherdingens. Muss da noch irgendwas sein? Wir willst doch auch nicht weiter, ne? Hier ist noch eine Platte. Was bringt die? Ja, komm wir ja wieder. Ah, warte mal. Hier waren wir noch nicht, oder? Doch, hier waren wir, klar. Scheiße. Jetzt sind wir wieder hier. Toll. Obwohl, ob wir nicht weiterkommen. Was hat die denn in die Platte hier gebracht? Das ist die Frage. Komm mal her. Geh mal runter von der Platte. Füße ich auch nicht. Komm mal her. Weiß auch gar nicht, wo du bist. Da. Ja. Geh du mal auf die Platte da hinten. Jetzt geh ich auf die. Halt. Was ist jetzt passiert? Ne, ne Tür geht auf. Aber die hatten wir doch schon. Das war doch auf der anderen Seite wieder. Einmal die. Und dann ist da hinten noch ne Platte. Warte mal. Bleib mal drauf. Ja. Geh nochmal rauf. Bin ich? Geh auf uns runter rauf. Auf die andere. Runter rauf. Runter rauf. Hallo? Warte mal. Ja. Ich versuche dem Geräusch zu lauschen. Ja, das ist ja diese Tür, wo ich dich eben reingelassen habe. Die ist doch klar. Und jetzt? Und die hier? Was ist das hier für ne Platte? Was ist, wenn wir beide auf den Platten stehen? Passiert nichts. Passiert nichts. Oh mein Gott. Welche Platte meinst du denn? Wo ist noch eine? Ja, hier ist da noch eine. Zeig mal. Achso, damit machst du diese Tür auf hier beim gegenüber, wo der Schalter jetzt steht. Achso. Na gut. Ne, dann kommen wir hier nicht weiter. Dann lass mal hier weiter. Ne, das ist echt komisch. Ich weiß, dass es somit nicht, wo es weiter geht. Was ist hier noch irgendwas? Warte mal. Ich mach mal, verbotenerweise, den... Ich sehe, was er nicht sehen dürfte. Hilfe. Hilfe. Setz ihn doch wieder hin. Ja, dann muss ich ja erst mal wieder raus. Also springen und unter ihr sitzen. Ne, ne, der wird aber nicht hin. Der wird ja hier oben hin. Achso. Ah, okay. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Wie kriegen wir den verblödeten Pisten hier aktiviert? Das kann doch nicht sein. Irgendwas muss hier auf diesem Balkon noch sein, oder? Habe ich das Gefühl? No, ist aber nix. Ist nix. Oh, scheiße. Wie machen wir das jetzt? Was... Also, ich weiß nicht weiter. Jetzt sollten wir eine Pause machen, um erstmal Klangkopf bewahren. Ja. Wir brauchen eine Pause. Ja. Wir brauchen eine Pause. Mach eine Pause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.